naja trotzdem auf jeden fall ist es nicht irgendwie naja trotzdem auf jeden fall ist es nicht naja hört mir mal auf jeden fall naja es ist nicht trotzdem naja hört mir mal naja trotzdem naja hört mir mal 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 naja Wogu stehen, ich brauch nicht irgendwie diese Rolex, ich brauch natürlich nicht irgendwie diese Frage, naja, okay, hört mir nicht irgendwie, okay, es ist nicht irgendwie, naja, es ist nicht irgendwie das Warum, okay, es ist nicht diese Weile, es ist nicht irgendwie diese Zeile, es ist nicht irgendwie, naja, okay, ich muss nicht irgendwie dieser Wogu irgendwie auch stehen, naja, ich brauch nicht dieser Rolex, ich muss nicht irgendwie mit diesen Ketten irgendwie rumgehen, naja, ich muss nicht irgendwie dieser Wogu stehen, ich muss nicht irgendwie in Tagesblätter, nicht irgendwie als erstes irgendwie mir doch gleich dieses mir doch ankaufen. Ich muss nicht irgendwie gleich zu wissen, dass ich irgendwie da drin stehe. Ich muss nicht gleich wissen, ich bin vielleicht nur besser, wie die anderen, die sind stehen. Okay, ich kann noch viel besser gehen. Ich bin nicht irgendwie voller Angeber. Ich bin nicht irgendwie over and over. Und naja, okay, ich weiß natürlich, ich stehe nicht in dieser Vogue. Ich weiß natürlich, ich muss nicht gleich als erstes da irgendwie anstehen. Ich weiß natürlich, mir nicht irgendwie gleich das anzuerkaufen, im Moment nicht irgendwie gleich mir nicht irgendwie das zu abwählen. Naja, okay, ich frag nicht irgendwie und warum? Warum muss ich nicht irgendwie mir nicht, das irgendwie nicht frei abwählen, naja, okay, ich muss nicht in dieser Virgo stehen, ich muss mir nicht irgendwie abzuversehen, ich muss mir nicht irgendwie anzuversehen, ich muss mich nicht anlügen, ich muss mich nicht irgendwie vorschauen, ich muss mich nicht irgendwie an Momente nicht irgendwie davon abzuerwählen, ich bin nicht irgendwie diesen unangemessenen Moment, hör mir mal zu, ich bin noch viel ehrlicher, ich sag mir, naja, okay, schade, stehe ich nicht in dieser neuen Westfälischen, hab ich natürlich diesen Platz diesmal nicht mitbekommen, es ist nicht irgendwie ganz oben, bin ich nicht irgendwie diese A-Klasse, bin ich nicht irgendwie diese C angenommen, was ist, wenn du irgendwie danach gehst, hast du mich irgendwie frei gewählt, bin ich irgendwie das danach, hör mir mal zu, es ist nicht irgendwie ein naja und warum, das ist nicht irgendwie die Frage und warum, das ist nicht irgendwie, wann sehen wir uns wieder, es ist nicht das over and over, es ist nicht irgendwie die Frage vielleicht, es ist nicht irgendwie naja und warum, naja und warum, es ist nicht irgendwie das vielleicht und warum, nein, die Frage ist nicht irgendwie, warum stelle ich mir das, warum bin ich nicht in dieser Virgo, warum bin ich nicht irgendwie da drinnen am Stehen Warum bin ich nicht erster Platz ausgewählt? Warum stehe ich denn nicht irgendwie noch viel besser? Nein, es ist nicht irgendwie ein, warum hörst du mir das jetzt irgendwie mal zu? Es ist nicht die Frage und warum, wisst ihr jetzt auf jeden Fall. Es ist nicht irgendwie, ich kann mich nicht das irgendwie auszuerwählen. Freie Momente ist nicht irgendwie in diesem falschen Geschehen. Und nicht irgendwie, warum stehe ich nicht in dieser Vogel? Warum bin ich nicht irgendwie erster Platz angekommen? Warum spiele ich nicht in der A-Klasse? Warum bin ich mit dieser C-Klasse nicht irgendwie angekommen? Nein, es ist nicht irgendwie ein, naja und warum? Und es ist nicht diese Frage. Ich weiß nicht irgendwie, dass vielleicht es ist nicht irgendwie, das irgendwie mit zu annehmen. Vielleicht nicht irgendwie nachzuersehen. Es ist nicht irgendwie, mich da auf jeden Fall noch mal nach mit zu hintervisieren. Es ist nicht irgendwie, danach auf jeden Fall aufzuerstehen. Nicht irgendwie da und nicht als erstes gleich mitzuernehmen und gleich als erstes irgendwie da zu sein. Es ist nicht irgendwie ein und naja und warum? In der Voku stand ich nicht, okay, ich hab mich nicht anerkannt. Ich war vielleicht nicht erster Platz. Ich hab nicht irgendwie mich anersehen. Ich wusste nicht auf jeden Fall, mich gleich irgendwie auszuerwählen. Wo bin ich auf jeden Fall in der A-Klasse geblieben? Warum bin ich auf jeden Fall nicht mit der C-Klasse nochmal nachgefragt worden? Hab ich mich da nicht irgendwie nachgeschehen? Hab ich mich nicht irgendwie umgesehen? Hab ich nicht irgendwie nachgeschauen? Naja, warum stand ich nicht in dieser Voku? Was ist los? Warum hab ich nicht diese Warlex? Warum sind meine Ketten nicht irgendwie schon irgendwo längst da? Diese Geschenke, warum kann ich sie nicht irgendwie anders sehen? Hab ich es mir nicht irgendwie verdient? Es ist nicht irgendwie das abgenommen. Ich sag nicht irgendwie, warum stehe ich nicht in dieser Voku? Es ist nicht irgendwie diese falsche Geschichte. Es ist nicht davon irgendwie abzuerwählen. Ich wurde nicht irgendwie frei auf dem ersten Platz gleich angewählt. Es ist nicht die A-Klasse, in das, wo ich mich nicht irgendwie frei hinbewege. Es ist auf jeden Fall nicht in der Klasse C, wo ich mich nicht irgendwie vorher nochmal hinbewegen möchte. Naja, Allianischen, es ist nicht irgendwie das falsche Benehmen. Ich möchte nicht irgendwie in dieser C-Klasse nochmal irgendwie falsch anbenehmen. Ich frag mich, warum bin ich nicht hier in dieser A-Klasse? Naja, Allianischen.